Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Stundenklaas. So, ich bin in der Pause schon nochmal zum Drachen gelaufen, da wir ja die Hoffnung haben, dass der Drache dem Schmied ein bisschen Feuer unter den Hinter bzw. in seine Schmiede machen kann. Und dann fragen wir jetzt den Drachen mal nach Feuer und hoffen, dass er uns nicht aus den Natschen hustet. Also, Frag Drache nach Feuer. Mein Atem ist entsetzlich heiß. Der Einzige, dem ich einmal wirklich helfen konnte, das war der Schmied. Sehr schön, dann könntest du das vielleicht wieder tun. Sollte er dich etwa geschickt haben? Ja, und dann kommen noch seine üblichen Zusatzdinger, der Scherz wegen dem Handgeben und so weiter. Und wir sagen einfach mal Ja. Fürchtegott ist über den Besuch entzückt. Nun, wie denn? Soll ich dir vielleicht Feuer geben? Also bitte nicht uns, sondern beim Schmied. Aber ja. Mein Atem ist entsetzlich heiß. Ja, dem Schmied geholfen. Ja, er hat uns... Nee, Spiel, du wiederholst dich ein bisschen. Aber ja, der Schmied hat uns geschickt. Indirekt. Stell eines Räumens, was stößt, Fürchtegott, eine heiße Flammenwolke gegen die rechte Höhlenwand, die schon ganz schwefelverkrustet ist. Oh, ruft Fürchtegott. Das ist ein Notfall. Dem Schmied muss ich natürlich sofort helfen. Aus dem Weg. Fürchtegott stampft eilig zum Höhlenausgang. Wenn ich dich mitnehmen soll, dann steig schnell auf meinen Rücken. Ich stade sofort. Also, auf dem Greiffliegen war ja noch okay, aber Drache? Okay, wir fliegen mit einem Drache. Steig auf Drache. Ja, nein, vielleicht. Spiel, sag's mir. Okay. Scheint funktioniert zu haben. Fürchtegott stürzt sich den Felsen hinab. Aber gleich darauf fangen seine gewaltigen Schwingen einen Aufwind und erhebt sich auf über das Tal. Der Flug ist nicht so ruhig, wie man es vielleicht erwarten würde. Flörter Geschüttel und Korucke gibt es keine Gelegenheit, die Aussicht zu genießen. Schon bald darauf landet Fürchtegott so unsanft auf der Wiese vor dem Haus der Schmiede, dass sie hilflos zu Boden purzeln. Fürchtegott ist jedoch höchst befriedigt. Na bitte, sagt er. Es geht ja noch. Es freut mich, dass du noch fliegen kannst. Ja, wir sind ja einigermaßen gut angekommen. Okay. Dann gehen wir mal in die Schmiede rein. Der Drache stapft zum Eingang der Schmiede, zwängt sich mit großer Mühe hindurch. Wenn er drin ist, passen wir da noch rein? Der Drache steckt seine kolossale Nase zur Tür heraus und fordert sie auf. Na, komm schon rein. Ja, wir sind jetzt drin. Also Schmied, Drache und wir in einer Schmiede. So, wie machen wir das jetzt? Wir fragen mal wieder nach dem Helm. Oder? Frag Schmied nach Helm. Nun, einen Helm kann ich dir wohl schmieden, aber dazu brauche ich einen Silberstein, sagt der Schmied. Du hast den doch! Sorry. Allerdings, ah da, der Schmied zeigt fürchtegott, was er zu tun hat. Der Drache nickt und bittet sie, zur Seite zu treten. Mit einem zusammengegriffenen Auge peilt er den Silberstein an, holt tief Luft, öffnet das Mauer und lässt einen scharfen, sengenden Feuerstrahl auf den Silberstein niederfahren. Schon nach wenigen Sekunden ist der Stein weiß glühend. Ja, und jetzt? Glüht das Ding, aber wir wollen unseren Helm haben. Also, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen penetrant, dass wir die ganze Zeit nach dem Helm fragen. Aber irgendwie, der Stein glüht jetzt. Der Schmied haut auf den Silberstein mit seinem Hammer ein, dass es eine wahre Freude ist. Einige Minuten später zeigt sich bereits die Rohform des Helmes. Sehr schön. Wir gehen in die richtige Richtung. Zwischendurch stößt der Drache unter großem Getöse glühend heiß Flammen auf den Silberstein aus. Nach einiger Zeit ist es endlich soweit. Der Schmied taucht den Helm ein letztes Mal in einen Kühleimer und reicht ihm stolz sein Werk. Ein ganz schönes Stück Arbeit, sagt er. Aber er ist doch recht hübsch geworden. Ich muss jetzt wieder nach Hause, sagt fürchtegott. Ich bin müde und muss ein wenig schlafen. Fürchtegott schwingt sich in die Lüfte. Bald darauf ist er den Blicken entschwunden. Ja. Okay, dann haben wir jetzt auch wieder Platz in der Schmiede. So, wir haben den Helm. Und dann können wir eigentlich das mit dem Zauberer Kauz genauso machen wie mit dem Zauberer Klappauz. Nämlich uns den Sand unter den Nagel reißen. Von dem ich zwar noch nicht weiß, wo wir den jetzt konkret hinbringen sollen. Aber was man hat, hat man. Würde ich mal sagen. Wenn man so einen Aufwand betreiben muss, um was zu bekommen, dann muss es wichtig sein. So, wir sind an der Kreuze. Und dann gehen wir noch einmal nach Osten. Dann gehen wir hinauf. Ja, Spiel. Die Festung. Ja, die Festung ist da. Sehr schön. Dann gehen wir nach Norden auf die Brücke. Und nochmal nach Norden durchs Tor. So, und dann schauen wir, dass das genauso funktioniert wie bei dem anderen Zauberer auch. So, der Zauberer Kauz ist da. So, und das war Basaltsand. Wir schauen mal, ob das stimmt. Basaltsand. Genau, haben wir. Hey, was erlauben Sie sich? Lassen Sie gefälligst den Sand liegen, ruft der Zauberer. Tun Sie ihn sofort wieder zurück. Nein, wir haben einen Helm. Wir gehen. Wollen Sie nicht hören? Legen Sie augenblicklich den Sand wieder zurück. Nehmen Sie sich in Acht, sonst verwandle ich Sie in einen Wurm. Ach was, in eine Laus. Wir fühlen uns einigermaßen sicher und gehen raus. Kauz sieht furchtbar wütend aus. Im nächsten Moment macht er eine heftige Handbewegung und ein gleißender Feuerstrahlpferd aus seiner Hand. Sich entfegt er auf ihr Gesicht zu. Aber nichts geschieht. Der Helm aus Eisenstein schützt sie vortrefflich gegen die Zauberei von Kauz. Der Alte wirft Fuchsteufelswild und beginnt mit seinem Stock auf sie einzuschlagen. Dann machen wir, haben wir jetzt den Sand. Medizinflächchen, Hammer, Eisenschüsse, Basalsand und Quarzsand, ja. Der kloppt uns immer noch mit seinem Stock. Da haben wir schon Erfahrung dank des Krämers, der uns immer mal wieder eins über die Rübe zieht. So, Spiel, lass mich bitte jetzt hier raus. Sicher, wir sind draußen. Wenn nicht noch der Krämer vorbeikommt. Okay. Dann gehen wir wieder hinab. Ach so, wir müssen uns erst nochmal nach Süden, dann hinab. Entschuldigung, Spiel. So. Jetzt aber hinab. So, dann haben wir jetzt beide Sandarten. Dann, also wie gesagt, das, was wir jetzt machen müssen, ist diese Felsen am Wasserfall wegräumen. Und dann war ja noch die zugemauerte Wand zum Bläulichsee hin. Und bei Felsen und Tragen hat man uns ja oft schon oft genug gesagt, dass das der Troll gerne tut. Und wir wissen auch, dass man den mit Wein ganz gut bestechen kann. Deswegen suchen wir uns jetzt einen Weg zum Wirtshaus. Wir sind am Fuß des Eisensteins. Dann gehen wir noch einmal nach Westen. Und dann nach Süden. Und dann müssten wir an der Fischerhütte sein. Und von dort aus können wir dann zum Wiesengrundabzweigung mit der Nummer... Moment. Das ist die Nummer 10. So, Steckmünze 10 in Schlitz. Und betrete Tor. So, ein paar Sternchen. Und dann gehen wir bitte gleich von der Insel Abzweigung nach Westen. So. Dann hoffen wir, dass das Wildshaus geöffnet hat. So, Insel Abzweigung, genau. Wirtshaus. Betrete Wirtshaus. Öffne Tür. Wow, okay. Kurz gedacht, das Wirtshaus wäre zu. So, betrete Wirtshaus. In der Wirtsstube. So, der Wirt ist hier. Dann hatten wir den Wirt ja mal nach Wein gefragt. Frage Wirt nach Wein. Dann hat er uns Kratiswäldchen überlassen. Eine Flasche Rotwein kostet normalerweise drei Kupfertaber, da grinst der Wirt. Aber weil du ein nettes Gesicht hast, schenke ich sie dir. Damit zieht er eine Flasche unter dem Tresen hervor und reicht sie ihn. Okay, dann haben wir jetzt Wein. Dann möchte ich jetzt zum Steinbruch. Wie kamen wir noch mal aus dem Wirtshaus raus? Dann war es vielleicht Westen. Dann war es Osten. Genau, so, es war Osten. Und dann gehen wir noch einmal nach Osten zum Torbogen. Und der Steinbruch hatte die Nummer... Steinbruch vier. Steck, Münze vier in Schlitz. Und betrete Tor. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt hoffentlich dort raus, wo wir hinwollten. Und der Droll ist hoffentlich da. Ja, wenn er nicht da ist, wissen wir, wo wir ihn sonst noch finden können. So, der Droll ist nicht da. Okay, dann gehen wir bitte nach Süden. Zur Kreuzung und dann nach Osten Richtung Wald. Nördlicher, finster Wald. Und ich glaube, im Wald war er mal, oder? Einig mal. Genau, der Droll ist da. So, wie stellen wir das jetzt an? Der Droll soll am Donnerfelsen für uns Steine wegräumen. Wir fragen ihn mal nach Donnerfelsen. Frag Trollen nach Donnerfelsen. Damit kenne ich mich nicht aus. Sag, Zement ist das ein Duft, ruft Eisenbeiß. Sag bloß, du hast mir Wein mitgebracht. Ja, er riecht den Wein ja immer schon auf 100 Meter. Dann geben wir ihm den Wein. Gib Wein an Troll. Schade, ich trinke sehr gerne Wein. Weißt du, sagt der Droll. Mann, das nenne ich eine Begrüßung. Her mit dem Zeug. Eisenbeiß setzt die Flasche an und der Wein kluckert in seiner Kehle. Ah, macht er und fährt sich mit dem Handrücken über den Mund. Wobei, kann ich dir helfen? Ich bin ziemlich stark. So soll ich dir vielleicht ein paar Steine schleppen. Ja. Okay. Mann, wo sind die Steine? Am Donnerfelsen? Oh, du meinst den Geröllberg am Donnerfelsen. Was hoffst du darunter zu finden? Er sieht sie ratlos an. Ach, kann mir ja wurscht sein. Ich gehe jedenfalls schon mal voraus. Also bis gleich beim Donnerfelsen, ruft er noch und verschwindet dann. Äh, das war einfach. Dann lassen wir ihn mal räumen und teleportieren uns hinterher. So, Donnerfelsen war dieselbe wie der Drache, also am Fuß des Felssteins. Und wir gehen jetzt kurz zum Steinbruch zurück. Also Norden, Westen und Norden. So, und das, wo wir hinwollen, war Steinbruch, Wasserschloss, Schmiede, Felsenstein, 6. Ähm, stecke Münze 6 in Schlitz und betrete Tor. So, dann sind wir jetzt unterhalb der Drachenhöhle. Genau, jetzt sind wir da hinten am Steinbogen und dann müssen wir einmal nach Osten. Dann sind wir, glaube ich, auf der Brücke, genau. Dann nochmal nach Osten, dann sind wir auf dem Weg. Und dann nach Norden Richtung Wasserfall. So, ein riesiger Berg von heruntergebrochenem Geröll türmt sich neben dem Wasserfall die Felswand hinauf, der links von ihnen mit ohrenbetäubenden Getrühen über die Felsen herunter donnert. Die Luft ist geschwängert von zerstäubtem Wasser. Eisenbeiß, der Troll, ist hier. In der Nähe steht ein kleines getrunkenes Häuschen, das ganz aus Lebkuchen ist. Das ist das Hexenhäuschen. Ähm, so, macht der Troll jetzt seine Arbeit? Oder müssen wir noch eins nach vorne? Ja, ein riesiger Geröllberg liegt ihnen im Weg. Okay, dann machen wir mal Frag-Troll nach Tonnerfelsen. Der Troll ist natürlich eine gewaltige Hilfe. Er kann auf einen Schlag 20 oder 30 Mal so viel tragen wie sie. Nach einer Stunde scheint es, als würde hinter dem Geröll so etwas wie ein Duschgang frei. Ihre Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Unsere Glückwünsche. Gemeinsam mit dem Troll haben sie es tatsächlich geschafft. Direkt vor ihnen führt ein schmaler Gang Richtung Norden unter den Wasserfall. Genau, und da müsste dann auch diese Steintür sein, von der... Ich glaube, genau, das war ein Orakelhinweis. Also kommen wir jetzt nach Norden. Also dann, ich gehe jetzt wieder, sagt der Troll. Ja, vielen Dank und bis später. So, wir sind unter dem Donnerfelsen. Keine leichte Aufgabe, bis hierhin vorzudringen. Sie befinden sich unter einem Felsüberhang, über den die tosenden Wasser herabstürzen. Ausgewaschenes, klitschiges Gestein erschwert das Fortkommen. Direkt vor ihnen in der blanken Felswand befindet sich eine steinerne Tür mit einem großen Schlüsselloch. Genau, und da weiß man nicht mehr, wo der Schlüssel war. Okay, und können wir jetzt... Irgendwo muss ja dann auch diese zugemauerte Wand sein. Moment, wir sind jetzt nach Norden reingelaufen. Können wir weiter nach Norden? Nee, Norden ist die Tür. Westen. Osten. Das Spiel überlegt. Der Gang endet in einem großen Raum. Etwas unterhalb von ihnen befindet sich eine glatte, schräge Felsfläche. Stimmt, da war ja auch noch irgendwie eine Grotte. Man hat, glaube ich, die Mauer gezogen, um die Grotte trocken zu legen. So, dass der See oberhalb des Wasserfalls da nicht mehr fluten kann. So, und was... Und man hat gehofft, in der Grotte, glaube ich, den Schlüssel für die Tür zu finden. Hat ihn aber nicht gefunden. So war, glaube ich, die Geschichte. So, in einem großen Raum... Dann schauen wir mal die Felsfläche an. Es zeigt sich, dass die Fläche von Feinritzen durchzogen ist und nun wird klar, um was es sich handelt. Eine uralte, verwitterte Mauer. Hier hat irgendjemand aus unerfindlichen Gründen vor langer Zeit eine Mauer ziehen lassen. Ein seltsames Rauschen dringt herüber, als befänden sich ungeheure Wassermassen dahinter, die die Mauer durchsprechen wollten. Genau, und das müsste dann der Bläulichsee sein. Also, die Mauer muss weg. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar hat uns doch mal der Gnom erzählt von Bomben. Irgendwann, als wir mal mit ihm geredet hatten. Das hatte ich da nicht so ernst genommen, aber ich glaube, jetzt sollten wir darauf zurückkommen. Aber der Gnom ist in der anderen Zeitsphäre. Okay, dann müssen wir hier wieder raus. Zwar einmal nach Westen. Und dann nach Süden. Ja. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, es ist Hexenhaus jetzt weg. Nein, ist noch da. So, dann nochmal nach Süden. Westen und Westen und Westen. Das kostet jetzt natürlich Zeit. Aber Tag 6, wir haben insgesamt zwölf Tage. Das sollte reichen. So, jetzt wollen wir zum Wasserschloss, denn wir wollen ja die Zeitsphäre wechseln. Ich stecke Münze 2 in Schlitz und betrete Tor. So, dann machen wir uns ratzfatz rüber und gehen dann zum Gnom in den Wurzelwald oder auf die Brücke, falls gerade ein Saufgelage läuft. So, betrete Wasserschloss. So, die Münze hat sich bei uns wieder eingefunden. So, hi, Yanshi, wir sind so gut wieder weg. Lege Münzen auf Teppich mit 2p. So, und plötzlich ist der Spuk vorbei. Wir nehmen die Münzen. Sonst lässt das Spiel uns nämlich nicht gehen. Und gehen dann, glaube ich, nach Süden. Nach draußen. So, und jetzt wollen wir ja zum Wurzelwald. Das war Nummer 7. Steck Münze 7 in Schlitz und betrete Tor. So, Daumen drücken, dass der Gnom da ist. Dass wir den nicht noch ewig suchen müssen. So, nach Norden, bitte. Im Wurzelwald, der Gnome ist natürlich nicht da. Oh Mann. Kein Verlass mehr auf die Gnome. Okay, Süden. Dann Steck Münze 3 war, glaube ich, Dorfwiese in Schlitz. Und betrete Tor. Wehe, er ist jetzt nicht auf der Brücke. Dann weiß ich nämlich nicht, wo er ist. So, dann noch einmal nach Norden. So, auf der Dorfbrücke. Der Gnom ist hier, sehr schön. So, frag Gnom nach. Gnom muss man noch richtig schreiben. Ich meine mal, dass er von Bomben geredet hat. Ja. Wurzel friziert sie erstaunt an. Doch dann fällt ihm ein, dass sie nicht von hier sind. Hm, macht er. Die Bomben, die ich baue, bestehen aus Salpeter, Schwefe, Sägespänen, ein wenig Most und einem Spezialrezept von mir. Ich baue sie so, dass man sie mit einer kleinen Knallerabse zünden kann. Genau 20 Minuten, nachdem die Knallerabse in der Bombe steckt, geht sie hoch. Boom. Wurzelfried lacht vergnügt. Wenn du mir Schwefe, Salpeter, Most und Sägespäne bringst, kann ich dir eine bauen, sagt der Gnom. Ähm, boah, Sägespäne haben wir. Ähm, Most eventuell im Gasthaus. Salpeter Schwefel. Schwefel, doch klar, Schwefel steht doch beim, beim Trache. Ist doch die Wand irgendwie mit Schwefel überzogen oder so. Das sollte sich machen lassen. Aber Salpeter? Äh, wir fragen mal. Frag Gnom nach Salpeter? Hoffentlich sagt er noch was dazu. Tja, der Salpeter stammt aus den Pilzen, die hier im Wurzelwald wachsen. Ah, ja, ich glaube, wir erinnern uns. Aber das ist etwas schwierig, da ranzukommen. Wurzelfried zupft sich Gedanken verloren am Bad. Fridolin nimmt einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Ja, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir schon mal Evoze weit den Pilz anpacken wollten. Und dass uns das ein alternatives Ende beschert hat. Also mit den Flossen sollten wir da nicht rangehen. Äh, ich frag mal, ob er uns da irgendeinen Tipp gibt. Frag Gnom nach Pilz. Bitte sag irgendwas. Wurzelfried kratzt sich nachdenklich an der Schläfe. Wie war denn das? Naja, jedenfalls sind die Pilze ziemlich salpeterhaltig. Er behütet dich, die Dinger zu berühren. Es ist doch irgendwie grässliche Substanz drin, die sie zusammen mit Salpeter hochexplosiv macht. Wenn da der Schweiß deiner Hand drankommt, fliegt dir alles um die Ohren. Aber ich habe gehört, da gibt es einen Trick, um an Salpeter ranzukommen. Aber den kennt nur der Trunkenbold, der alte Hund. Er verrät ihn mir nicht, damit er mit den Salpeter für teures Geld verkaufen kann. Naja, von irgendwas muss er ja seinen Wein bezahlen. Und der Krämer haut uns wieder auf den Dates. Gut, dass der Trunkenbold auch gerade da ist. Dann fragen wir den Trunkenbold nach Pilz und Salpeter. Fragen wir uns erstmal nach Pilz. Ja. Er schnarcht. Fridolin nach Salpeter. Komm, sag was, bitte. Salpeter? Ha. Das denkst du dir schon. Das verrate ich nicht, sagt der Trunkenbold. Danke für deine Hilfe. Was jetzt vorkommt. Ich, ja, keine Ahnung. Ich schicke euch in die Pause und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter. Also, bis gleich.